Ich bin zu Helge Schneider gegangen und bei der Show stand ich hinter einem Kaffeeautomaten und er hat den Kaffeeautomaten nicht verstanden. Ich habe gesagt, Helge, soll ich dir helfen? Und er sagt, ah, das ist gut, wenn er mir hilft. Da sage ich, ja, was willst du denn haben, Helge? Und Helge sagt, ja, ein Expresso. Und ich sage, ja, Helge, hier, mach ich dir. Und ich habe ihm ein Expresso gemacht und dann hat Helge gesagt, ah, danke, das ist aber nett von dir. Und dann habe ich gesagt, hör mal, Helge, willst du ein Foto mit mir machen? Und Helge sagt so, ja, klar, mach ich ein Foto mit dir. Wer macht denn das Foto? Und dann war ein Tonkollege, der lief da rum, der Alex, und dann hat der Alex das Foto gemacht. Also das war noch nicht mal ein iPhone. Also die Qualität ist, naja, aber egal, es war ein Foto. Und dann sagt Helge, guck sich das Foto an und sagt, das ist perfekt, da kriegen wir nicht besser hin.